Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute soll es mal um Sand und Streu für Degus gehen. Bevor wir zu meinem Käfigumbau und geeignetem Streu kommen, möchte ich auf das Sandbad eingehen. Degus sollten ein Sandbad haben zur Fellpflege und weil sie dort gerne sich quasi im Gruppengeruch wälzen. Es dient also dazu, dass die ganze Gruppe einen Geruch annimmt. Welcher Sand geeignet ist, ist tatsächlich ein bisschen umstritten, denn ich habe schon viele Quellen gefunden, die das eine sagen oder das andere. Grundsätzlich kann man sagen, es gibt einmal Tonmineralsand und Quarzsand. Der Tonmineralsand ist eher weiß bis gelblich und der Quarzsand eigentlich nur weiß. Der Quarzsand ist auch wesentlich feiner als der Tonmineralsand. Die Körnung vom Badesand sollte recht klein sein, also es muss feiner Sand sein, damit die Tiere ihre Haut nicht verletzen können. Quarzsand ist wesentlich günstiger als der Tonmineralsand. Allerdings habe ich auch schon auf anderen Seiten gefunden, dass in Tonmineralsand da Sephyolit und Atapolit drin sind. Und diese beiden Stoffe sollen krebserregend sein, besonders wenn man den Staub von dem Sand einatmet. Auf den Sandverpackungen steht allerdings nicht immer auch drauf, ob diese Stoffe denn überhaupt drin sind. Man muss ganz oft mal wirklich auf die Herstellerseite gucken und da stehen dann genaueres drin. Also habe ich jetzt einmal die, die sagen, Quarzsand ist ungeeignet und auf der anderen Seite die, die sagen, dass diese beiden Stoffe aus Tonmineralsand krebserregend sind. Das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass die Körnung rund ist und auch fein ist. Ich selbst habe jetzt größtenteils den Quarzsand, den es bei uns halt aus der Gegend in der Zuhandlung gibt. Ich hatte früher auch Tonmineralsand, daher stammt auch dieser Eimer hier. Da ist aber mittlerweile auch der Quarzsand drin, weil der Eimer einfach praktischer ist als diese Tüte. Und ich benutze jetzt einfach den Quarzsand weiter. Ich hatte also beide Sandsände, gibt kein Plural, glaube ich, von, ausprobiert und da beide gleich stark stauben und keiner auch mehr von den Degus angenommen wird, nehme ich definitiv den, der hoffentlich dann nicht krebserregend ist. Also ich bleibe bei Quarzsand. Ansonsten sollte einfach das Sandbad immer zur Verfügung stehen und es sollte so groß sein, dass ein Degu darin liegen kann. Wie oft ihr das wechselt, ist euch überlassen. Also ich wechsle immer das komplette Sandbad, wenn ich auch den Käfig sauber mache. Ihr könnt natürlich auch einfach zwischendurch das mal aussieben. Eigentlich bei beiden Sandarten habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn sie da reinpinkeln, das klumpt und dass man es dadurch auch mit dem Sieb ganz gut raussieben kann. Ja, das soll es zum Sand erstmal gewesen sein. Wenn ihr noch was nachlesen wollt, googelt oder bei Deep Brain steht auch nochmal das, was ich gesagt habe dazu. Und wir schauen uns jetzt mal das Streu an und was ich mit dem Käfig so vorhabe. Dafür habe ich April und June erstmal in den Auslauf gesetzt, weil es reicht, wenn einer den Staub einatmet, nämlich ich und nicht auch noch die beiden Degus. Und deshalb können die jetzt erstmal im Auslauf ein bisschen Spaß haben, während ich mich gleich dem Käfig widme. Der ist nämlich dringend dran, wieder sauber gemacht zu werden und das ist dann perfekt für den Umbau. Und dafür nehme ich auch noch diese tolle Maske, die wir jetzt alle kennen. Ja, hier seht ihr schon mal, was ich eingekauft habe. Wir werden nämlich versuchen, eine gute Buddelkiste für die zu machen. Bei June und April wird es eine Ebene sein und bei May und Juli ein Abteil. Und dafür habe ich ganz verschiedenes Streu und Heu und Stroh gekauft. Und damit werden wir jetzt versuchen, den ein bisschen mehr als sonst einzustreuen. Und wir werden mal schauen, wie sie es so annehmen. Buddelkisten mochten sie bis jetzt eigentlich nicht so gerne. Ja, der Käfig hier sieht schon ganz schön würrisch aus. Den haben sie schon ganz schön dreckig gemacht und jetzt werde ich erstmal anfangen, alles rauszuräumen. Ja, die Gegenstände sind jetzt schon mal raus und jetzt werde ich gleich das ganze Streu rausnehmen. Ich hoffe, ich finde noch irgendwo einigermaßen sauberes, was ich rausfischen kann. Und hier wollte ich euch nochmal dringend ein Hausupdate zeigen. Also das waren mal die Lüftungsschlitze. Die haben die Degu schon sehr gut erweitert. Ja, in dem leeren Käfig seht ihr schon das erste, was ich geändert habe. Ich habe oben, wo es nach unten geht, wo die Lücke ist, zwei Holz. Also ich habe zwei solche Holzblöcke angeschraubt, damit nicht immer das ganze Streu runterfällt. Und ein bisschen sauberes Streu konnte ich tatsächlich behalten. Das kommt dann nachher wieder reingeschmissen. Oben werde ich nicht so tief einstreuen, das wird so bleiben wie immer. Und unten nehme ich das dann zum Tiefen einstreuen. Ich werde versuchen, wirklich die ganze Plexiglashöhe einzustreuen. Und damit das Sandbad und alles noch gut drin stehen kann, habe ich da jetzt solche Holzbretter mir besorgt, die ich da drunter legen kann, damit das Sandbad auch noch oben aus dem Streu rausguckt und für den Holztunnel habe ich ebenfalls zwei Holzbretter mir besorgt. Es ist nämlich ganz wichtig, wenn man so eine Buddeletage macht, dass man dafür sorgt, dass die Degus nicht unter so schwere Sachen wie zum Beispiel das Sandbad drunter graben können und das dann auf den zusammenbricht. Das gilt übrigens auch für Hamster und alle anderen Tunnelbauertiere. Deshalb ist es halt auch nötig, dass ich das Laufrad dann nicht mehr unten hinbaue, sondern oben hinbauen werde. So, das Sandbad sitzt gut, das ist jetzt etwas erhöht und dann kann ich bestimmt bis dorthin ungefähr einstreuen, ohne dass gleich alles im Sandbad landet. Jetzt noch schnell den Baumstamm rein, dass der auch hier unten bleibt, so wie der den Degus gefällt. Und dann hoffen wir, dass das hier hoch genug ist mit dem Baumstamm, damit ich gut einstreuen kann. Ja, welches Einstreu ist für Degus geeignet? Und tatsächlich eigentlich fast alles. Man muss sich nur mal fragen, dürfen die Degus das auch fressen? Und deshalb ist zum Beispiel nicht geeignet, sind wieder irgendwelche Pellets, die es gibt. Da gibt es auch verschiedene, manche mehr, manche weniger künstlich. Was geeignet ist, ist Leineneinstreu oder Hanfeinstreu, Heu, Stroh, Kork und Baumwollstreu. Und natürlich diese ganz normalen Späne aus Holz. Was nicht geeignet ist, neben den Pellets sind auch so Einstreusachen, wie zum Beispiel, das nennt sich dann Nadelwald-Einstreu. Also da sind dann Tannenzapfen und sowas drin. Das halt nicht. Das ist halt auch ungeeignet für die Degus. Ja, in unsere neue Buddeletage packe ich jetzt zuerst das Leinenstreu. Steht auch drauf, dass das gut als Unterstreu ist, aber das ist einfach so ein bisschen, wenn sie da rumbuddeln, dass sie da auch mal was finden. Einfach ein bisschen Abwechslung. Und das verteile ich jetzt quasi erstmal als Unterstreu im Käfig. Das Leinenstreu hat tatsächlich den Vorteil, dass es auch kaum staubt. Also eigentlich staubt alles, aber das Leinenstreu fand ich wirklich sehr gut jetzt, weil das wirklich kaum gestaubt hat. Das ist schon mal echt viel wert. War alles andere. Also da habe ich noch kein Streu gefunden, was nicht staubt. Jetzt streue ich noch ein bisschen Korkgranulat ein, aber das ist einfach auch nur, vielleicht freuen sie sich, wenn sie das finden und knabbern das an. Einfach so ein bisschen, um den Abwechslung zu bieten. Das Ganze vermische ich jetzt schon mal mit dem Leinenstreu, dass es ein bisschen durcheinander ist. Was auch viele gerne nehmen, sind Hanfmatten. Die benutzen teilweise gar kein Einstreu, sondern nehmen einfach nur Hanfmatten. Ist natürlich nicht so schön, wenn man nur Hanfmatten nimmt, dann können die Degos halt gar nicht mehr buddeln. Kann man aber halt auch nehmen. Jetzt habe ich die Hälfte vom Baumwollstreu circa eingestreut, weil May und Julie wollen ja dann auch noch was davon haben. Also habe ich ungefähr die Hälfte davon reingemacht. Und jetzt werde ich noch Stroh reinpacken und das Ganze gut vermischen. Und Heu kommt natürlich auch noch dazu. Das Stroh und das Heu dienen dazu, dass halt einfach die gebuddelten Gänge dann halten. Und das Baumwollstreu hilft dann natürlich auch nochmal. Das werde ich jetzt, wie gesagt, alles sehr gut durchmischen. Und dann schauen wir gleich mal, wie das dann aussieht. So, jetzt ist es durchmischt und das sieht wirklich ein bisschen wild aus, sage ich jetzt mal. Aber da halten jetzt wirklich die Gänge gut. Ich habe es nicht ganz geschafft, bis oben einzustreuen, weil der Baumstamm da noch ist. Deswegen ist es jetzt auf der linken Seite und hinten ein bisschen höher. Und da, wo der Baumstamm ist und die Eingänge vom Baumstamm, ist es ein bisschen niedriger, weil meine zwei Holzbretter einfach nicht gereicht haben. Hier oben werde ich jetzt das ganz normale Streu benutzen, was ich immer benutze. Genau. Und so ist das dann fertig eingestreut. Oben stehen halt die Sachen, die ich nicht unterfüttern konnte. Und unten habe ich jetzt auch noch die Höhlen und die Rewe und sowas ergänzt. Ja, April und June sind jetzt wieder eingezogen quasi. Die Auslaufzeit ist jetzt vorbei. Und was die beiden besonders toll finden, ist irgendwie, dass das Laufrad jetzt oben ist, weil dann kann man laufen und hat sogar noch den Überblick. Und ja, ich bin mal gespannt, wenn sie jetzt alles erkunden, wie das dann ankommt und ob sie wirklich eine Höhle bauen oder darin buddeln oder das einfach komplett ignorieren. Am Anfang fand sie es auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Da sind sie sehr mit hochgezogenem Bauch gelaufen, dass bloß nicht Heu und Streu da unten ihren Bauch berührt. Ja. Ja, ich kann euch jetzt schon so ein kleines Update geben, weil die sind jetzt schon zwei, drei Tage auf dem neuen Streu. Es wurde noch kein Gang gebuddelt. Sie halten sich tatsächlich im Moment lieber oben auf, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Und ja, also bis jetzt hat es sich bei meinen nicht gelohnt. Aber wir schauen mal. Das bleibt jetzt ja auf jeden Fall bis zur nächsten Säuberung so drin. Und vielleicht lernen sie es ja noch zu lieben. Wenn nicht, wechsle ich vielleicht wieder zurück auf das alte Streu. Und dann schauen wir mal weiter. Auf jeden Fall haben natürlich nicht nur die beiden noch eine Buddel-Ebene bekommen, sondern auch May und Julie. Die hatten schon das aus der Buddel-Kiste bekommen und denen habe ich jetzt einfach noch die andere Hälfte vom Baumwollstreu reingemacht und auch noch ein bisschen Stroh und Heu. Sodass auch in ihrer Ebene, also bei denen ist es ja keine Ebene in ihrem Abteil, weil halt jetzt auch so eine Buddel-Kiste ist, wo sie theoretisch Gänge bauen können und ja, bestimmt sehr gut eine Nuss verbuddeln können. Man sieht jetzt auch hier ist hoch eingestreut. Ging halt auch nur begrenzt, weil da drüben ist ja natürlich noch der Übergang. Den konnte ich ja nun jetzt nicht viel weiter ausbauen. Aber ja, und in den anderen beiden Abteilen bleibt der Streu ganz normal, der Streu, damit ich da einfach ganz normal die Sachen wieder reinstellen kann, ohne Probleme zu bekommen, dass sie die unterbuddeln. Ja, jetzt habe ich euch ja kurz gesagt und erwähnt auch, welches Streu ihr benutzen könnt und wie ihr das machen könnt. Und ja, im nächsten Video möchte ich euch dann mal so ein kleines Update über eine erneute Vergesellschaftung von meinen Vieren geben und euch einfach mal erklären, was wir da so geplant haben oder halt auch nicht. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!